Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Ines Zimmermann, ich bin Hautleserin. Ja und heute möchte ich gerne zum Thema depressive Verstimmung wirken, denn ich glaube es betrifft sehr viele Menschen. Ja und für dich, setz dich entspannt hin, achte darauf, dass deine Füße gut auf dem Boden stehen, damit die Energie gut durch dich durchfließen kann. Schließe gerne deine Augen, das mache ich auch und dann geht es gleich los. Das mache ich auch und dann geht es gleich los. Amen. Ja, und wenn ich schon direkt anfange zu gehen, dann wird direkt für uns transformiert. Und ich steige jetzt ins Energiefeld ein. Nehme die gedrückte Stimmung sehr deutlich wahr. Ja, und jetzt kommen auch schon die unterdrückten Emotionen hoch, Traurigkeit. Die fühle ich jetzt erstmal einmal durch. Nehme zeitgleich auch sehr angespannte, verspannte Schultern wahr. Nackenmuskulatur, die bis oben in den Kopf hinein reichen. Und ich habe momentan keine Chance, überhaupt meinen Blick nach oben zu richten. Auch das Atmen fällt schwer. Ja. Ja, eigentlich fällt jetzt gerade im Moment alles schwer. Es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und durch diesen Energieprozess gehe ich jetzt einmal für alle Zuschauer durch, die sich dieses Video anschauen werden. und reinige das gesamte Energiefeld von dieser Schwere. Und das ist das, was wir jetzt noch einmal für alle Zuschauer. Da hat sich jetzt erstmal eine sehr tiefsitzende Blockade gelöst und merke ich gleich eine Befreiung, eine Beweglichkeit. Ich bekomme sogar gerade hier Gänsehaut. Und da kommt auch schon die erste Erleichterung, Freude hoch, dass ich jetzt durchgegangen bin durch diesen Prozess. Das war ein Ablöseprozess. Und vielleicht kannst du das auch schon direkt merken, dass ich für dich was lösen durfte. Ja, und wenn ich aushuste, dann sind das sehr schwere Energien, die einfach uns so dermaßen runterdrücken, dass wir uns in einer niedrigen Schwingung aufhalten. Und hier durfte jetzt auch schon mal was im wahrsten Sinne des Wortes ausgehustet werden für uns. Das hat auch unseren kompletten Halsbereich blockiert, dass wir uns dann auch vielleicht gar nicht in der Lage gefühlt haben, uns auszudrücken, über unsere Gefühle zu sprechen, was in uns vorgeht, sondern das einfach mit uns selbst ausgemacht haben. Und ich öffne jetzt schon mal unsere Fußchakren, damit all das, was ich hier und heute zeige, gelöst entfernt werden darf. Über die Fußchakren abfließe Mutter Erde zur Heilung und Transformation. Dafür danke ich Mutter Erde, dass dies so geschehen darf. Als nächstes nehme ich auch eine Schwere auf unserem Herzen wahr. Deshalb reinige ich jetzt erstmal unser Herzchakra. Und die gedrückte Stimmung. Die Stimmung, die ich zu Anfang wahrgenommen habe, gerade im Kopfbereich, die hat sich schon gelöst. Es ist schon sehr hell in unserem Kopfbereich geworden. Viel freier fühlt sich unser Kopf an. Und als nächstes ist jetzt unser Herzbereich dran. Und alleine durch das tiefe Ein- und Ausatmen löst sich hier auch immer mehr diese Schwere ab. Ich bin echt gut. kommen eher die Tränen der Freude hoch. Auch die dürfen jetzt da sein. Erleichterung kommt hinein. Auch die Nacken-Schulter-Muskulatur wird immer lockerer. Und hier darf sich auch noch für uns eine Blockade lösen, dass wir aus diesen ganzen Verspannungen leichter rauskommen. Noch eine. Und ich nehme jetzt wahr, dass immer mehr so eine Lebhaftigkeit in unser Energiefeld reinkommen kann, weil dafür jetzt erst Platz gemacht werden durfte. Hier haben wir jetzt schon mal gespielt. dass wir aus Kgespringen noch nicht Cook alten Aber das ist der Fall. Wo ist sie jetzt? So, glaube ich. So, zum einen کہelen. diese lebendigkeit diese freude die darf sich jetzt in unserem energiefeld immer weiter ausdehnen so 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 Und jetzt fangen meine Hände richtig an zu kribbeln. Das ist ein Zeichen, dass da jetzt auch Aktivität in uns hineinfließen kann. Unser Energiefeld öffnet sich auch für neue Impulse. Und die zu uns kommen können. Das sind neue Lichtblicke. Und jetzt zeigt sich hier noch unser Verstand, unser Unterbewusstsein. Das kommt da noch nicht so schnell hinterher, dass hier die Energie so schnell gewandelt werden darf. Und auch hier reinige ich jetzt nochmal alles aus unserem Unterbewusstsein, was uns da noch dran hindern möchte, in diese freudige Energie zu sein, zu bleiben. Danke. 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 Und alles, was sich jetzt noch gelöst hat, fließt jetzt über unsere Füße ab in Mutter Erde. Ja, und diese Energie fühlt sich so gut an, da könnte ich jetzt noch stundenlang drin verweilen. Und so nehme ich noch einen Augenblick Zeit, um unser Energiefeld in dieser sehr wohligen, angenehmen Energie noch weiter auszudehnen, tiefer in uns zu verankern. Dass dieser Zustand doch jetzt auch für uns zur Normalität werden darf. Ja, und jetzt fange ich an, mich so zu strecken, zu strecken, komme so langsam wieder hier in den Raum zurück, öffne meine Augen und das darfst du dann auch ganz in deinem Tempo machen. Ja, es war sehr befreiend. Und wichtig ist jetzt auch, nach dieser energetischen Heilsitzung viel Wasser zu trinken, heute und in den nächsten Tagen, damit all das, was ich jetzt energetisch lösen durfte, auch über den physischen Körper, noch ausgeleitet werden kann. Dann schau einfach mal, wie es dir in den nächsten Tagen damit geht. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuschauen. Mein Name ist Ines Zimmermann, ich bin Hautleserin und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute.